Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Weiterübersetzung von den G-Trends. Ich heiße erstmal alle willkommen, die jetzt hier mit dabei sind. Das ist einmal der Kabel, hallo. Grüß dich, grüß dich. Und natürlich wieder die Mary, hallo. Ja, hallo. Ja, und uns ist aufgefallen, wir haben hier viel zu wenig Sachen erwähnt, wie zum Beispiel diesen Patch findet man unter anderem bei den snsprojects.de, in der Download-Datenbank und nicht zuletzt auch noch, na doch, das ist jetzt eigentlich das Letzte. Na egal, ich möchte noch erwähnen, Secret of Mana 2.de, war das, hieß die Seite so? Ja, ja, www.secretofmana2.de, da könnt ihr ihn ganz offiziell runterladen und auch die aktuellen News zum Spiel euch anschauen. Das ist die originale Webseite. So, und wir wollen jetzt wissen, was zu tun. Betreiber ist natürlich Special Man. Zufall? Ich glaube nicht. Nein. Gut, weiter geht's. Weiter geht's mit der Fee, das haben wir jetzt schon rausgefunden, während du disconnected warst. Ja, jetzt geht's auch anscheinend. So, ausgewählt. Jetzt hat er einen Leck. Ah, ein kleines Dreißboden. Ah, da sind wir ja, die Fee ist wieder da, juhu. Ja, es hat leicht geleckt. Ja, allerdings, das ist, keine Ahnung. Hey, was soll das? Es wird großzügig rausgeschnitten. Ihr habt also die Barriere im Wendel gesenkt. Gesenkt? Ja, die ist, vielleicht ist sie noch ein bisschen da. Um Wendel gesenkt. Ja, das ist nämlich dieses, dieses Gesenkt, das weiß ich noch, das war mal so eine Diskussion auch bei der SNS Projects Version. Aha. Wie tun wir diese Barriere, wird die gesenkt, wird die gesprengt, wird die was auch immer, wie übersetzen wir das geschmeidisch? Also, weil geschmeidisch ist ja gesenkt ja auch noch nicht ganz genau, aber es ist fachlich korrekt anscheinend. Es ist ein schwieriger Punkt, wie man das grammatisch, den Textfluss hinkriegt, merkt es ja selber. Ihr merkt es ja selber, ihr habt also die Barriere im Wendel gesenkt, aber naja, das war so ein Wort, wo wir uns mal alle mal ein bisschen, ja. Wir sagen jetzt einfach gesenkt. Stimmt ja auch da. Genau. Ich sollte euch dafür danken. Du darfst, warum? Du darfst. Oh ja, ich muss ja drücken. Jetzt kann unsere Invasion auf Wendel wie geplant ablaufen. Hahaha. Machen wir ein bisschen heroisches, haha. Hahaha. Perfekt. Ja, genau. Das will ich jetzt sehen. Lasst uns gehen. Macht's gut, ja Trottel. So, komm mal runter, Fee, du musst uns helfen, du musst uns rausfischen. Was mache ich jetzt? Schlafen. Ich lege mich mit dazu, genau. Wie bei den Simpsons in der Folge in Japan, wo die dann auf dem Boden rumroppen mit dem epileptischen Anfall. Ich mache einfach mit. So, jetzt haben wir so schöne Mode-7-Effekte mit irgendwas. Oh yeah, mit coolen Wolken. Und da ist Wald. Hey, wir haben Wald gefunden. Cool. Da Wald. Du, 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 du. Da ist der Mana-Baum, denke ich mal. Ach so. Wir sind im heiligen Mana-Land, falls es noch keiner mitbekommen hat. Ah, jetzt ergibt das plötzlich Sinn. Haha. Hahaha. Ja, ja. Ja, das ist der Deku-Baum. Das ist der Deku-Baum. Wir sind ja so schweizelter. Oh, ein Nordlicht. Und das wird rhod. Pink. Wie auch immer dunkel. Oh. Was passiert hier nur? Was und warum? Und warum sind hier noch vier Feen? Die sind doch alle... Ach, vielleicht waren es ja gar nicht alle. Wenn das vielleicht auch acht Feen sind. Wir müssen zum Priester. Und den Helden finden. Und es bleibt nicht sehr viel Zeit. Nicht viel Zeit. Das ist aber trotzdem akzeptabel. Also ich wollte ja sagen, gerade zuerst haben sie gesagt, wir sind alle am sterben und gehen raus. Und jetzt heißt... Das ist eine Rückblende. Ja, deswegen sage ich ja gerade. Erst hatten sie ja gesagt, wir sind hier raus. Das Licht, weißt du noch dieses Licht? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir sind fast da. Also sind die doch am sterben. Ich schaffe es nicht. Ich gebe euch meine Kraft. Und dann war ja die letzte Fee dann die. Aber ein Gründer war das dann mit dem Sterben. Ja. Also sterben die einfach, weil die ja nicht lange auf der Welt leben. Wir können auch nicht mehr. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ja. Naja, ja. Die anderen müssen zurückfliegen, weil die ja nur die Kräfte... Sonst sterben die auf der normalen Welt. Okay. Correct. So war das also. Haben wir das auch mal beleuchtet. Sehr nett. Oh. Wie jetzt? Achso, ja. Die haben... Natürlich. Wo bin ich? Ach, jetzt kommt Mary bald in einen Ecke. Ja. Ich sehe mich da hinten. Die Kill Bill ist auch da. Mit einem HP. Kann ich auch was machen? Mit einem Freund. Oh, falscher Knopf. Nee, ich gebe uns jetzt keinen Baum. Ja, genau. Ja, genau, genau. Was? Na, großartig. Noch ein Gefängnis. Hey, ist da draußen jemand? Tja. Ihr wurdet auch gefangen? Ja, logisch. Ja, das sieht doch noch aus, ne? Wir sind voll krass gefangen worden. Oh ja, ich muss jetzt mit der Wand reden. Stimmt. Mhm. Hey, jemand da? Wo sind wir? Ich bin Mary aus Rolante. Ich kam aus der heiligen Stadt, als sie mich fing. Aber keine Sorge, überlass das nur mir. Ich werde uns schon hier rausholen. Cool. Okay, ich hab's halt drauf. Hey, Ruhe. Ruhe. Entschuldigung. Ich glaube, ich hab jemanden hier hinten graben gehört. Jemand könnte fliehen. Was? Ja, bist du da voll cool nach hinten gefüllte Haare. Ja. Da, diese hintere Wand. Äh, Loser. Du hast dich reingelegt. War auch nicht schwer. Es tut mir leid, aber ich, aber bitte bleibe für eine Weile drin. Ah. Für eine Weile voll. Es ist offen. Cool. Sind alle wohl auf? Dann lasst uns gehen. Wir müssen hier verschwinden. Ich habe gehört, dass bald dein Schiff auslaufen soll. Schnell zum Hafen. Nein. Da ist Energie. Mary schließt sich an. Mary hat natürlich voller HP, ist ja klar. Ja, logisch. Mary muss stoppen. Cool. Ich kann laufen. Ich muss das mal speichern. Aufgefrischt. Jo. Jo. Refrain. You Feeling Refreshed müsste es heißen auf Englisch. Irgendwie sowas. Receiving, ne? Festungsstadtjahrt. No. Da sind wir. Spiel gespeichert. Ja, jetzt sieht es gut aus. Ja, können wir alle lernen. Ja, wunderbar. Cool. Jo. Also, ich bin ja auch schon. Oh, ja. Lass mich raus. Lass mich raus, Alter. Lass mich raus. Festungsstadtjahrt. War das auch so angezeigt? ja hast du gerade selber vorgelesen ja ich weiß ich weiß hier gab es einen fehler bei der project version in der damaligen fassung an einer tür du kannst dich wo verwandeln in so einen fiesen bohr wer wollte ja weil ich krass weil ich voll geil bin ich versuche die mal zu finden da gab es einen fehler was sind denn ich meine hp jeder muss immer auf seine hp danach ja meine ist jetzt oben genau mary deine sind ja oben links wenn sie unten bürgermeister von jahren bitte rettet mich schon geschehen wirst du so passt du auf ja ich mal verblüht der typ ja wohl ist nur für diesen raum vielleicht meine das soll die ganze festung auseinandernehmen okay das mache ich natürlich gern ich glaube irgendwann meine rechts war natürlich da muss man gucken also der special hat mir gerade geschrieben dass ich es mit diesen banjo bain irgendwas was ich nachher gleich erwähnen werde wenn man mal wieder vor einem stehen dass die das langatmisch schon diskutiert haben wie sie das ding nennen sollen und ja wie es dazu jetzt dann kommt nur das erzähl mal wenn wir so ein teil wiederfinden ein mega probleme hier geht aber es scheint zu gehen 200 kaputt ja jetzt sieg juhu denn keine trufe ein sieg hat kein sieg end sieg mein gott ach end sieg meine güte mich ja nicht mädchen so jetzt müssen wir morgen versuchen abzuhören wir werden es herausfinden so auch noch ein eigentlich wollen wir mal die Brunner mit ihm ja so was soll ich gehen der Kielbe spricht mit einer Empfehlung aus ja genau das ist ja um beides Prozent Kriegerin und Zauberer also eigentlich aber auch Zauber war man muss sie der breite ihren höchsten Punkt drinnen guck du siehst ja bei Agilität hat sie und Stärke sie ist Kämpfer ein bisschen nicht unbedingt krasse Zauberin also sie hat ein bisschen Zauber auf jeden Fall Geist, Geist ist ja Zauber und Intelligenz ja du kannst es eigentlich raussuchen Mary ob der mehr auf Krieger Zauber ist erst mal Stärke ja ich will Stärke verbessern Stärke verbessert ja hier drüben war glaube ich nichts weiter ja ich glaube na toll wegen dem blöden Hund ja muss ich schleichen ja ne geht mir auch so das ist auch noch so ein blöder Hund warum leid ihr lang hier kommt dann nichts mehr was weißt du ja ich weiß du bist ja aber ursprünglich lang gelassen ja ich hab gerade ja aber hinterlässer eine Kiste ne ne äh erst beim letzten Hund erst so denk ich auch gut ah ne komm lass dir noch die Platz machen komm komm Rennen im nächsten komm komm ja du äh geht noch oder weiter rüber weiter rüber durch die Blume glaube ich ja da müssen Mary weiter rüber so komm 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 ich noch mit ihrer Lanze klickst du natürlich hin ne komm mal weiter rüber das ist überleicht okay so das soll ruhig mal hier herlaufen boah ist das denn dumm Rennen so aber nice wir rennen dir immer vor du kommst doch sowieso wieder zurück ja leider oh mein egal ach kriegen wir nicht da müssen wir rum ne vor allem kriegst du den nicht du hast ja nicht mehr ne Waffe also du hast schon ne Waffe aber keine Reichweite ey ich hab die krassen Fäuste okay Eisenfäuste mega krassen Eisenfäuste Sieg Juhu Haufen von früher nichts ne schauen wir mal ja ich weiß nicht ne der war leer okay dann hat der Pick nachher eine schöne Schneid-Odyssee oh ja das wird geil da freut er sich da freut er sich immer ja definitiv das heißt es ist ein Lieblingsspiel ist irgendwie alles mehr ja also heißt es ist ein Busses in zwei Räume gegangen merkst du das mh deswegen sind die Gegner aber hier steht Papp ne war das auch eine originelle Fassung ja Papp ja wahrscheinlich bei dem Hotelkasten Papp ist ja auch eingedeutscht bei dem Hotel ist ein Symbol äh Hotel naja da Rüstung das Rüstung bei dem Hotel steht innen oder so ursprünglich ist es der Gemischwarenladen und hier unten ist das innen wobei in der SNS-Projects-Version dachte ich äh gesehen zu haben dass es dann ein 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 Bett ist bei innen kann es sein ja ne wenn er wenn er euch soweit gehackt hat dann ja das möglich ja da am Schildert definitiv guck hier da steht innen ja hier steht innen und dann in der SNS-Projects-Version ist hier im Bett weißt du da meine innen ist ja englisch ja aber mal schlafen gehen ist aber keiner da ist blöd ach ja hier übrigens diese Dinger ja du hast keine Samen blöd ne wenn man Samen findet die man vom Gegner bekommt ja da kann man die kann man die ja reinpflanzen und es äh gibt Gegenstände so Mary wolltest du noch was über Heat erzählen genau also wir haben jetzt nachgeguckt wie es genau ausgesprochen ist weil wir uns ja nicht sicher waren ja und ja es wird Heat ausgesprochen also nicht Heat oder irgendwas sondern Heat doch ja da sind wir uns jetzt sicher darf ich ja Schnee kommt an Bord Ankerlichten wir sind quasi aus der Stadt abgehauen ja wir wir flüchten jetzt ja wir sind die Flüchtlinge ja Flüchtlingsströmen ja Flüchtlingsströmen Karten eine große eine kleine und eine live immer so immer so immer groß und klein ich hab mich nicht gesehen was ist jetzt wir werden aufgehalten wir werden auf offener See ach weil ich finde ich immer auf ich trenne die drei davon wir müssen so schnell wie möglich die anderen Geister finden deswegen muss ich einfach die Klappe halten und davon weiter ja genau Fragezeichen ne Geister achso ah was ist das oh sie hab ich ganz vergessen sie ist eine Fee aus dem Heiligen Mana Land wir sind auf der Reise um die acht Geister zu finden die über die Mana Steine wachen keine Angst sie ist völlig harmlos oh dich hat also die Fee aus erwähnt der Priester des Licht erzählte mir von dir und die Mana Schwert ich will Karl ne ich ich will Karl wiederbeleben und du willst du auch jemanden wiederbeleben ja ja es ist so 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 sorry ich bin die Prinzessin von Rolante und die Anführerin der Amazonenarmee nach meiner Mutter ahja nach meiner Mutter die Wüstenräuber von Navarre benutzten Prinz Elliot um in die Festung einzudringen der Wind der normalerweise die Festung schützt verstummte ja ja wir wissen Bescheid sie nutzten die Gelegenheit um Schlafpollen in der Festung freizusetzen Schlafpollen? ja dein Röschen? ja danach töten sie meinen Vater den König und den vierten Elliot Elliot der arme Elliot ja Elliot 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 oh geile guck mal die Haare cool ja in Unterzahl und mit der Festung als Schlachtfeld ich hatte keine andere Wahl als zu fliehen ja war Haru wieder zusammenbinden und ab dafür jawohl sie musste ja natürlich fliehen weil sie alleine war ja mein Ziel ist es Elliot zu retten den Tod meines Vaters zu rächen und Rolante wieder herzustellen das ist natürlich eine Monsteraufgabe klingt zinnig ja ja mein Vater sagte immer der Priester des Lichts in Wendel können in solchen Zeiten helfen ach ja ja das kann alles das kann alles also meist auch das ist ja ein guter Arm Fee lasst mich euch auch helfen der Wiederaufbau von Rolante ist mir wichtig ich glaube euch müsste kleingeschrieben werden ok jedoch wäre es bedeutungslos der Mana Baum verweckt und die Welt vernichtet wird danke Mary wenn die Mana Götchen erwacht wird sie dir sicher dabei helfen dein Königreich wieder aufzubauen echt durch ja recto mundo ich ich weiß beschallt ja und ich glaube ich weiß nicht durch die ganzen Blödsinn der mitten drin war aber ich glaube wir sind jetzt bald mit dem Part trotzdem durch ne 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 allein wegen dem Blödsinn haben wir es doppelt mitgemacht ne 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 das stimmt eigentlich ne 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 Eigentlich bleibe ich vorerst hier. Praktisch. Also ich würde sagen, wir gucken mal die Stadt hier an und dann, ja. Ja, bitte. Also irgendjemand leckt hier. Ja. Bei mir leckt es. Ja, bei mir auch total. Jetzt wieder nochmal. Ja. So, ich laufe jetzt nach links. Jetzt seid ihr auch gerade rausgelaufen. Ja. Sehr gut. Cool. Jetzt spreche ich mit dem Opa da oben. Willkommen in der unabhängigen Stadt Maya. Im Hafen liegt ein Schiff nach Jad-Voranker. Arrt. Westlich von hier führt die Goldenen Straße nach Bützel. 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 Mit Bützel. Also I, Y kann man auch mit wie Ü sprechen. Also Bützel können wir mal sagen. Bützel oder Bützel. Bützel oder Bützel. Kannst du raus sagen. Die Goldene Straße war stets eine wichtige Durchgangsstraße für Händler. bis zu kurzem. Kurzem? Groß? Aber gut. Seitdem die Monster die Gegend unsicher machen, bereist sie kaum noch jemand. Ja. Cool, jo. Achso, das hat mir gerade die Frau verdammt Axt. Naja, Monsterblada. Irgendwie kann ich mich glaube ich nicht mehr bewegen. Musst du Stoff trinken. Warte. Ah, eins. Jetzt bist du wieder dran. Arr. Vor einer Weile ging ich nach Bützel. Doch am Tor schickten sie mich weg. Arr. Verdammt. Sie sagten, Fremden sei der Zugang nicht gestattet. Fum. 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 Ne, Fum. So, egal. Hier haben wir noch eine Lady. Ich habe gehört, dass es in der Bergschlucht ein Zwergendorf geben soll. Okay. Hier ist doch auch irgendwo so ein versteckter... Na, wie heißt der? Wie heißt der Tiger da hier? Ich weiß nicht, Kanonemarke? Raffi. Achso. Ja, ja. Ach ja. Äh, ich bin Bon Voyage. Wer seid ihr? Ach, ihr kommt gerade recht. Geben wir mal zur Hintertür raus. Das werden wir doch sofort gleich. Ja, nachdem wir mit dieser Frau geredet haben. Ich bin Bon Voyage Schwester. Bonsoir. Bonsoir. Sie nennen meinen Bruder einen Alchemisten. Aber das ist falsch. Wenn du mich fragst, ist er eher ein verrückter Wissenschaftler. Hehe. Yeah. Und hier haben wir die Bon Voyage Kanonen. Die noch nicht am Start ist. Die muss erst aktiviert werden, indem wir... Oh, was finden. Wollt ihr, äh... Wollt ihr mich denn gar nicht fragen, was das ist? Ich sag's euch. Maya und, äh, Forcena verbindet nur eine Brücke. Und sonst gibt es keinen anderen Weg. Ah, aber... Mit meiner Spur... Ähm... Mit meiner Spur in der Unterhuse? Oh ja. Da kriegst du den braunen Weg geleitet. Na gut, okay, weiter. Mit meiner Superkanone Mark II. Könnt ihr fliegen, wohin ihr wollt. Und sie ist fast fertig. Mark II. Wollt ihr auch verankert. Nein, Mark II, das ist ein englischer Begriff. Ja, ja, genau. Und sie ist fast fertig, ja. Ja, jetzt hau ab, Junge. Er ist weg. Oh nein. Gut, jetzt... Tja, wenn sie fast fertig ist, dann kommen wir halt später wieder, wenn sie fertig ist. Jetzt noch mal die Mark-Kanone. Hier ist ein Junge. Hier ist ein kleiner Junge. Das Haus gehört dem Alchemisten Bon Voyage. Er hat wieder etwas wirklich Merkwürdiges gebaut. Schaut zur Hintertür hinaus. Haben wir schon gemacht. Du erzählst, dass nix alles. Wir gucken mal nach dem Raffi. Der ist hier irgendwo hinter... Ich dachte, der war ja irgendwo versteckt irgendwie. Weißt du das noch? Also der war ab irgendeiner Stadt, war da hinter so einer Mauer versteckt. Döw. Ich dachte... Überhaupt kein Plan, echt nicht. Nee, egal. Dann tun wir einfach im Laufe des... Abklappern dieser Stadt, das feststellen. Hallo, na, so ein Zufall. Ich bin mit demselben Schiff wie ihr aus Jagd geflohen. Und dann ist das wohl der, der uns gefahren hat. Ja. Ich hörte, der Prezistar des Lichts hat eine neue, stärkere Barriere um Wendel gebaut. Er richtet, er richtet. Er richtet, mir doch egal. Doch das hat ihn eine Menge Kraft gekostet und seitdem ist er krank. Der Einzige, der ihn kurieren könnte, ist Heath. Und der wird vermisst. Ach ja. Arr, anscheinend ist das Leben des Priesters in Gefahr. Arr, Gefahr, Gefahr, hohoho, Gefahr. Lass mich genauer checken. Lass mich den Rettner hier. Muss ich wieder den Rettner vorlesen? Ja. Okay. Ihr seid auf der Suche nach den Mahnersteinen, nicht wahr? Ihr solltet mit König Richard von Forsenja sprechen. Er weiß sehr viel über sie. Ich habe König Richard und die Ritter des Goldes immer bewundert. Sie haben sich weltweit einen sehr guten Ruf verschafft. Genau, das haben sie nämlich gemacht. Auf halber Strecke zwischen hier und Büze gibt es eine Höhle, die nach Forsenja führt. Vor einer Weile ging ich nach Büze, doch am Tor schickten sie mich weg. Den hatten wir ja schon mal. Sie sagten, Fremden sei der Zugang nicht gestattet. Aber ich höre dich doch für Gauner. So, jetzt gehen wir hier runter. Ich dachte, hier irgendwo war dieser Typ. Ich bin halt bescheuert. Warte mal. Hier gibt es keinen Typ. Da ist er mal reingekommen. Stopp, da ist er mal reingekommen. Oben an der Mauer. Oder die Stadt kommt. Nee, stopp. Da steht, glaube ich, dann irgendwann. Geh mal rechts. Ich glaube, da steht dann irgendwann hier. Nee, auch nicht. Also es kommt nur eine Stadt. Na gut, gehen wir weiter. Aber ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich mal langsam den Part noch beenden. Ich glaube, ja. Wir gehen jetzt hier so vor der Stadt. So, reicht. Werden wir sehen, was unsere Abenteurer in dem nächsten Part alles erleben werden. Wir haben keine Ahnung. Uh, der Preiser ist immer noch krank. So ein Arr. Drück. Den hast du angesprochen. So, okay. Nee, das war Mary. Mary lacht. Ja. Okay, also. In dem nächsten Part sehen wir uns wieder. Dieser Part wird leider etwas zerschnippelt und geritt. Aber ich hoffe, ihr werdet es nicht mitbekommen. Deinen Pick. Ach, das passt schon. Und ich werde das so mit Trollfaces belegen. Ja. Irgendwie kriegt ihr das schon hin. Ja, weiß ich. Sehr wunderbar. Können wir schon hin. Also, sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Jo. Ja, macht's gut. Bis dahin. Und tschau'sen. Tschüss. 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 Tschüss.